Hallo ihr Lieben! Am Samstag den 17.04. findet in Parchin um 15.30 Uhr eine Großdemonstration mit Aufzug statt. Der Treffpunkt ist der Festplatz Bergstraße. Für viele auch bekannt als Martini Markt. Um 17.30 Uhr findet eine Kundgebung statt. Und jetzt kommt's! Vor der Großdemonstration werden wir in Parchin und in der Umgebung insgesamt 9 verschiedene Autokurse starten, die jeweils um 13 Uhr beginnen. Die Orte für die Autokursus sind neben Parchin, Plau, Lübs, Goldberg, Neustadt-Glewe, Ludwigslust, Hagenau, Krivitz und Grabo. Wir werden die Leute in der Umgebung mit Lautsprechern darauf hinweisen, dass in Parchin eine Großdemonstration stattfindet. Wer Lust auf einen Autokursus hat, kann gerne um 13 Uhr teilnehmen. Der Treffpunkt der neuen Autokursus ist auch in der Videobeschreibung hinterlegt. Und wie gesagt, um 15.30 Uhr findet in Parchin eine Großdemonstration mit Aufzug statt, zu der alle Initiatoren aus Mecklenburg-Vorpommern aufrufen. Treff ist der Festplatz Bergstraße. Frieden! Freie! Demokratie! Frieden! Freie! Wir solidarisieren uns mit allen Menschen, die unter einem Jahr Lockdown-Politik leiden. Es reicht. Wir solidarisieren uns mit Selbstständigen, Kulturschaffenden, mit der Landwirtschaft, dem Einzelrennen und allen wirtschaftlich am Lockdown zugrunde gehenden Menschen. Hört her, ihr Leute, Brüder, Schwestern, Männer, Frauen, kommt hier zusammen, haltet Stand und habt Vertrauen. Wir werden gewinnen. Ich weiß genau, wir werden gewinnen. Brüder und Schwestern, bleibst stark in der Mette halten Stand. Und nicht dringend. Und nicht dringend. Spass mit zurückverschargen. Vielen Dank.